Laptop Book Board, liebe Zuschauer, kurz Labobo. Das ist ein neues Möbelsystem, das sich den jeweiligen Bedürfnissen zu Hause immer anpasst. Egal ob Sie liegen, sitzen oder stehen, Sie können immer alles so einstellen, dass es optimal für Sie ist. Labobo, das Laptop Book Board. Auf der Couch liegen und ein Buch lesen oder mal eben im Internet surfen. Wer kennt das nicht? Allerdings leidet die Entspannung oft unter einer unbequemen Sitzposition oder dem Risiko, das neue Laptop fallen zu lassen. Labobo, der universell einsetzbare Helfer, der sich schnell unverzichtbar macht. Die Bauteile des Labobos sind mit wenigen Handgriffen in kürzester Zeit zusammengebaut. In Serie gefertigt wird der Relax-Tisch in einer Schreinerei in Scheer bei Sigmaringen. Hergestellt aus heimischer Rotbuche ist Labobo natürlich und nachhaltig. Trotzdem bietet er Stabilität und Flexibilität. Jedes Teil des Labobo wird von Hand gefertigt und bearbeitet. Das Grundmodell besteht aus vier Teilen. Immer griffbereit, mobil, zum Lesen oder Arbeiten. Für Links- und Rechtshänder geeignet und barrierefrei nutzbar. Neben der Grundausstattung ist Labobo jederzeit beliebig mit Modulen erweiterbar. Die vielseitigen Einstellungsmöglichkeiten sollen zudem Nacken und Rücken entlasten. Ist es nicht erstaunlich, was man mit einem einzigen Möbelstück alles anstellen kann? Das Grunde ist ein sehr, 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 sehr... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018